So das heißt hier mache ich jetzt noch... Gib mal dein Herz ab. Was? Hast du das Herz schon abgegeben? Also das zusätzliche Leben. Achso, ne noch nicht. Schau mal wieviel wir haben. Alter 66, wieviel hattest du denn du? Ich habe noch ein paar aus der Kiste zusammengebaut und... Okay. Naja, du bekommst das eine zum anderen. So. Was glaubst du denn wie Deutschland heute spielt? Also vom Ergebnis her. Uff. Ich hoffe doch mal... 3-1. 3-1? Ich habe 2-0 getippt, muss ich ehrlich sagen. Oh, da ist sogar ein Epic. Wie ein Epic. Ja, ähm. Zombie Pigment. Der ist nicht von der Schrift her orange. Ich habe übrigens gerade zugemacht. Wand direkt an. Und was hat der gedroppt? Da schießt schon wieder irgendwas aus uns. Ich weiß noch nicht, wo der uns zieht. Ne Enderlily. Achso, da. Ich habe ne Enderlily rausbekommen. Soll ich eine Ablenkungswelle überstarten? Ne, ne brauchst du nicht. Die sehen so freaky aus. Ohne Witz. Ja. Zack. Geburt. So, rare thumping, rare quicksand. Ah, die fallen mir ein bisschen dins. Die Dame hier rein ist. Hi. Ne? Oh, da schmeißt du irgendwas mit. Fläschchen. Mhm. Wtf. So, da. Hier brennt alles. Hier brennt alles. Wahnsinn. So, unsere... Könnte ich mal aufhören, poison zu sein? Alter. Das dauert ja ewig. 30 Sekunden. Ja, heftig. So, dann werde ich schon mal anfangen mit Obsidian hier... unsere Wand hochzuziehen. Was denn? Ich habe Stein bekommen. Könntest du den werfen, oder was? Ja, so ein Ex-Nihilo-Stein. Ah, okay. Machst du gleich ne Obsidian-Wand? Ja. Du wolltest ne sichere Wand haben. Oh. Oh. Oh mein Gott. Wirst du Hühnchenfleisch gegrillt? Das erste Hühnchen hat sich schon mal ins Feuer gewackt. So. Oh mein Gott. Was denn? Ich habe schon wieder so... So ein Zombie-Pigman mit... ...richtig üblen Leben. Äh, üblen... ...Ninja. Ninja und Wither. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3... Ah, okay. Wither ist fies. Da musst du echt vorsichtig sein. Ich habe zwei Invar-Rüstungen verzaubert bekommen. Oh lol. Sehr gut. Sehr geil. Ähm... Ich glaube, ich werde mich hier noch ein bisschen aufhalten. Willst du hier Loot, oder was? Joa, warum nicht? Immer nur das Zeug selber herstellen. Ja, vielleicht sollten wir aber gemeinsam rumgehen. Wenn ich jetzt mal vielleicht kein Obsidian mehr habe. Ja, Obsidian müssen wir dann sehr viel herstellen. Mhm. Weil ich möchte unseren Eingang wenigstens echt sicher haben. Und was ist sicherer als Obsidian? Hm. Ich würde sagen, in Verbindung mit Thaumcraft... ...Wolle. Okay, nicht in Verbindung mit Thaumcraft. Ah, schade. Ja, dann... Nehmen wir Obsidian. So. In Verbindung mit Thaumcraft wäre auch Glas ziemlich sicher. Echt? Ja. Oder Holz, oder... Scheiße, auf irgendwas. Sand vielleicht nicht ganz so. Oh, oh, oh. Zombie Pigment. Hey, Zombie. Wow. Wow. Das Ding ist beim Sterben explodiert. Wow, passt auch nicht auf. Es sind noch ein paar Zombie Pigment. Die sind echt cool hier drin, muss ich ehrlich sagen. Supper Gravity. Oh mein Gott. Wow, der kickt mich weg. Yes, ich habe... Habe ich jetzt einen Repair bekommen? Ich glaube, ich habe einen Auto Repair jetzt drin. Ja, ich habe Auto Repair auf meiner Spitzhacke. Wunderbar. Wunderbar, Leute. Das bedeutet, ich kann... Mit ein bisschen Geduld kann ich hier unendlich umhacken. So, bauen wir mal hier ganz kurz alles... ...zusammen. Dass wir einen schönen Unter... ...schönen Untergrund haben. So... So, 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 so. Wunderbar, wir brauchen noch mehr von dem Scheiß. Oh mein Gott, wie geil. Das sieht irgendwie geil aus, muss ich schon sagen, oder? Ähm, ich habe ein paar Zombie Pigment mitgebracht. Mitgebracht? Ja. Ach du Scheiße. Wo ist er? Oh, ein Epi... Ultra! Ja. Der ist unsicht bei der andere Seite. Ich geh ran. Ich geh weg. Ich geh ran. Ich geh weg. Ich geh ran. Ich glaube, der ist schon tot. Ah, okay. Was haben wir hier noch? Außer viele Gold-Muggets. Und nichts Neues, sag ich mal. Ich habe neue Inva-Boots. Also verzauberte Inva-Boots. Ah ja, und was ich vorher bekommen habe, das ist ja wohl das Schärfste überhaupt. Warte. Zack. Schau mal deine Obsidian-Wand an. Lol. Painting. Alter, das sieht voll geil aus. Mit deinem Texture-Pack könnte es natürlich woanders aussehen. Das sieht ja voll fett aus. Lass das drin. Das ist ein riesiger Dino. Oder was auch immer das sein soll. Ich schätze mal, dass es ein Dino ist. So. Ich habe auch schon zwei Boote. Also ich kann auch eins schon mal platzieren. Okay. Das zweite kann ich auch platzieren, glaube ich. Sieht nicht schlecht aus hier. Macht sich gut. Ah, ich fahre. Ich schubs nicht an. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Ach ja. Herrlich. Sowas gehört auch mal dazu, Leute. So ein bisschen aufbauen. Ah, ich kann nicht mehr aussteigen. So, dann erkunden wir sozusagen noch ein bisschen den Eta. Okay. Platz ist jetzt nicht unbedingt das meiste. Rare unseen first aid. Okay. Zombie der ersten Hilfe. Aber wir werden einfach mal mit einem Schlag getötet. Haben wir zauber das Invas Schwert? Au. So. 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 Ich habe jetzt hier was vergessen. Flamestring? Ja, ja. Von den, von den, äh, Spinnen. Okay. So. Sulfo Cloud? Ne, brauchen wir jetzt nicht. Wo bist du entlang? Sollten zusammenbleiben. Ich bin noch immer am Haus. Besonders, weil ich nur noch 40% Energie habe. Jetpack-Energie. Wir brauchen irgendeine Möglichkeit, um das Jetpack längerfristig aufladen zu können. Längerfristig? Ja, oder wenigstens so eine Art Batterien. Das ist schwer. Schwer, hier? Ja. Okay. So, schauen wir mal noch. 38% Energie haben wir noch. Da können wir noch so lange eine kleine Rundflug. Da haben wir wieder zusammengepicken. Rust-Som-Ninja-Gravity. Geile Verzauberung, was der hat. So, ich habe ein bisschen was bekommen. Ich habe wieder einen Puff bekommen. Hier ist eine Festung. Wo ist hier? 100 Meter im Frame. Minus 240. Plus 180. I'm coming. Ah, okay, ich sehe es. Dann schauen wir mal, was wir denn hier so schönes finden. Ich werde in der Zwischenzeit mal meine Jetpack, mein Jetpack ausschalten. Und nur wirklich... Ah, ein Blaze-Spawner. Wow, okay. Nichts großartig Besonderes jetzt. Erstmal. Geht schon. Ich suche eigentlich die Skelette hier. Was ist das hier noch? Fuse-Wood-Leaves, okay. Wieder ein Blaze-Spawner? Oh, ich weiß. So, ich sollte vielleicht was essen. Ich lasse mal den Blaze-Spawner-Blaze-Spawner sein. Was haben wir hier? Nether-Brick, ist das Lava? Da drin, oder was ist da drin? So ein Lava-Pool mitten im... Ja, so ein Block Lava. Ja, das ist normal, das ist Vanilla. Hier haben wir einen Nether-Warzen. Da haben wir wieder einen Blaze-Spawner. Feuer-Fledermäuse, die ich ja total zum Abfacken finde. Wir machen keinen Schaden, sind einfach nur nervig. Was haben wir hier? Boah, ich finde irgendwie die Textur ist bei mir ziemlich dunkel. Imp! Ich habe hier einen Imp gefunden. Oh, cool. Wir sind harmlos. Ich gebe das Imp-Leder. Wir haben Raw Imp-Hide und Imp-Leder. Und Kisten sind hier. Golden Chestplate, Golden Ingot, Diamond Horse Armour, Gold Horse Armour und Saddle. Alter, Crap. Da ist noch eine Kiste. Was haben wir hier? Gold Barren, wow, Crap. Ich lasse die einfach mal alle drin. Die Platzverschwendung. Oh, hier ist ein Loch. Gut, dass ich mein Chat-Pack anhab. Hallo. Rare Slowing Pick- Wow, der kann schießen. Wtf. Das ist aber uncool, mein Freund. Komm mal runter. Kann doch. So gefeuern. Ich bin hinter dir. Ja, schön. Der ist schon tot. So, Chat-Pack einschalten. Ähm, da haben wir noch einen Pikmin. Einen Pikmin, genau. Einen Pik-Zombie. Einen Pikmin. Spielst du viel Pikmin? Ja. Eine Enderli. Willkommen. Ah, und die Gold Barren lässt du drin in der Kiste, oder was? Ja, weil ich sie crappy finde. Ja, haben genug. Ah. Oh. Ich hab sie dabei, weil ich schon einen dabei hatte. Okay. Von dem Mob. Ich hatte für 21, ähm, Gold Nuggets. Okay, gut. Das heißt, ähm, Nesa, erst mal, in meinen Augen reicht es. Was ist denn das hier für ein Block? Ah, ne, das ist nur wieder ein Monster-Spawner. Okay. Dann schau ich jetzt mal wieder zurück, weil ich möchte jetzt meine Energie nicht bis auf das Äußerste ausreizen. Ich bin jetzt dann auch gleich bei der Hälfte. Ja, ich nicht. Fuck. Ich hab mich irgendwie verlaufen. Das heißt, ich muss mich durchgraben. Graben wir uns durch. Oder wir gehen hier. Ja, wir graben uns durch. Kommt, bleib. Wieso werden wir jetzt ja eigentlich zwei Portal, ähm, wegen unserer Zeit? Soll ich sie erklären, oder bin sie selber raus? Nein. Was jetzt? Erklär es? Ja. Ähm, das ist deine IP. Ja. Das ist dein Server. Ja. Wir haben hier schon mehrere Server gehabt auf diese IP. Okay. Also meinst du, das war irgendwie ein alter... Das ist ein alter Server quasi. Dass sich das Ganze so gespeichert hat. Okay, dann löschen wir den einen mal. Delete. Hoffentlich habe ich den richtigen gelöscht. Ich denke schon. Wenn du noch ungefähr 140 Meter davon entfernt bist, dann... So rum den Dreh rum. Oh, das macht mir klar. Boom. Gleich. Was? What the fuck? Die Dinger kriegen hier immer noch Schaden. Von Explosionen. Items? Ja, die Blöcke hier. Oh ja. Da ist gerade irgendein Pigment explodiert. Wird auf jeden Fall ein Creeper-Geräusch gemacht. So, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ja, man sieht auch, ähm, auch im Nether wachsen Pflanzen. Natura, sei Dank. Das ist Natura, eine andere Mod. Und ich gehe jetzt erstmal wieder durch. Servus. Oh, hoi. So, reicht erstmal. Ähm, was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist auch hier den Ausgang ein bisschen sichern. Huh. What the fuck? Ähm. Ähm. Cool. Hä? Wir sind wo komplett anders. Ja. Ich hoffe, deine Energie reicht noch. Ja, 26%. Lol. Okay. Ab jetzt ist unser Nether-Portal auf dieser Insel. Ja, aber wir haben zwei Nether-Portale. Ja. Okay. Ich sehe schon, ich muss in eine andere Mod rein und mal was ändern. Was hast du denn da? Was änderst du denn da? Hä? Unseren Weg in den Nether und aus dem Nether raus. Ach, kann man das, kann man das mit, äh, MC Edit und M? Nein. Nein, nicht mit MC Edit. Okay. Aber mit, hier mit einer Mod, dass wir die Portale gar nicht mehr brauchen. So, ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken und danach, Leute, fangen wir mit Bienen und Blümchen an. Oh, was denkst du? Können wir eigentlich machen, ne? Wo hast du eigentlich die... Hast du denn jetzt das alles erklärt? Ja, wenn es sein muss, erkläre ich auch das. Aber erst, nachdem ich die getrunken habe. So. Bienen und Blümchen. Wir züchten uns Bienen. Erstmal richtig hinsetzen, dass das alles wieder passt. Ähm. Inventar soweit aufräumen, denn wir brauchen wieder ein bisschen was. Nether Rack. Hätte ich sogar noch welche gehabt. Ähm. Fleisch. Ich weiß nicht, ob das Impite irgendwie genießbar ist. Ist mir wurscht. Habe ich jetzt mal in die Nahrungskiste getan. Monster Loot kommt hier rein. Alter, ich habe ein Buch bekommen. Focus Punch 1. Was ist das? Ja, ich habe ein Scharpen ist 1. Focus Punch. Ja. Das ist für... Wenn ich mich nicht täusche, für einen Bogen als Verzauberung so eine Art Knockback. Okay. Cool. Äh, Ender Lilien kommen raus. Äh, übrigens, ich habe noch ein Maskottchen für dich. Was hast du? Ein Maskottchen für dich. Ein Maskottchen für mich? Ja, schau mal. Ach, Alter. So, Blaze Rod haben wir auch wieder drei. Fühle ich mich gar nicht mal so schlecht, dass ich die eine Blaze Rod verbraucht habe. Ähm, nicht ganz. Das ist echt... Ach du Scheiße, wie viel hast denn du bekommen? Ich habe ein paar von den Blazes auch mitgenommen. Achso, du hast Blazes gekeilt. Ich habe mir gedacht, ach, warum nicht? So, mal das, mal das. Ähm, Gold Nuggets können wir auch reinschmeißen. Wo, 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 wo? Hm? Ah, ja. Ich mache aus den Gold Nuggets gleich mal was. Wollen wir mal schon mal hier rein? Äh, bam, 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 bam. Das kommt hier auch noch rein. Und dann... Ah, den Bogen benutze ich gerade eh nicht. Das kommt hier rein. Die Diamant-Chest-Platte kommt auch da rein. In der Zwischenzeit werde ich mein Chat-Pack mal wieder aufladen. Das brauche ich jetzt gerade nicht. So. Wunderbar.